Hallo von der Q19, bei mir ist Ann-Kathrin Haupath. Sie hat mit ihrem Pferd Zippo's Pretty Hot zwei Level 1 Klassen gewonnen. Ann-Kathrin, welche Klassen waren das und kannst du uns ein bisschen was zu deinem Pferd erzählen? Also ich habe mit meiner 10-jährigen Stute Zippo's Pretty Hot, ist Blazing Hot gezogen aus Texas von Jagdfeld Quarter Horse, die Novice Amateur Western Riding und den Novice Amateur Trail gewonnen. Und wie waren die Pattern für dich? War etwas besonders schwierig oder was sind vielleicht auch eure Stärken? Also die Western Riding reite ich erst seit zwei Jahren mit ihr, habe ihr auch alles selbst beigebrungen und dem Trail sind eigentlich die Trabstangen nicht so ganz unser bestes Manöver, aber dafür die Lope Over. Da haben wir auch sehr schön gepunktet bei den Richtern. Und wie trainiert ihr dafür und vielleicht auch besonders für die Q? Also ich war das letzte Mal auf der Q17, wollte auch eigentlich dieses Jahr nicht zur Q19 kommen, das habe ich ganz spontan entschlossen. Und deswegen klappt es dieses Jahr umso besser und zu Hause trainiere ich hauptsächlich alleine und hier auf der Q mit dem Anne Kühn. Okay, danke, dass du bei mir warst. Ich wünsche dir noch viel Erfolg weiterhin. Danke, dass du bei mir warst.